Niemand weiß, wie das Spiel gegen Marseille ausgehen wird. Ihr wisst es genauso wenig wie ich. Wir können nur hoffen, dass es aufgrund der Mentalität beider Trainer eine sehr offene Partie werden wird. Es werden hervorragende Spieler auf dem Feld stehen und hoffentlich ist der Platz in einem guten Zustand. Das Stadion wird voll und sehr, sehr laut sein. Es herrscht eine riesige Vorfreude auf dieses Spiel, gerade in Marseille. Beide Teams spielen absolut nicht defensiv, ganz im Gegenteil. Wir können uns also auf ein sehr offenes Spiel freuen. Eine Partie, gespickt mit vielen Torchancen und viel Raum für schönen Fußball. Das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Genauso gut könnte es aber auch das krasse Gegenteil und ein ganz hart umkämpftes Spiel werden. Wer weiß das schon so genau.